Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, ja weiter mit Geige. Hallo. Geige ist ein Problem, haben wir gelöst mit seinem Internet. Ja, Gott sei Dank. Ein Glück. Hm. Was willst du denn machen, mein Gott? Ist halt so, ja? Zu viele Schafe. So, jetzt haben wir die Schafe getötet und Geige kann spielen. So, also, ja. Ist halt so. Wobei Geige liegt sich da dran, weil er eigentlich zu kleines Internet hat, sondern einfach, weil die Scheiße nicht richtig läuft bei ihm. In der Zeit, wo Geige hier tot war, bin ich dann auch immer, äh, probiert hat, bin ich immer wieder beigegangen, hab hier schon Hühner. Jetzt haben wir nämlich hier auch mal ein paar Hühner. Ja, jetzt kommen nämlich so langsam hier auch mal ein Hühnchen und jetzt können die Ficky Ficky machen und dann haben wir hier auch eine Vermählung. So, zack, sehr schön. Hier Hühner, Hühner. So ist das alles schön, jo. Schön Eier legen, ihr kleinen, geilen Hühner. Ja, ihr geilen Böcke. So. Hier oben können wir eigentlich auch noch was reinbauen, ne? Ja, mal schauen, was da noch einfällt. Also irgendwas wird uns da ja wohl auch noch einfallen, was wir da reinkloppen können. So, ich geh mal ein schwules Dach weitermachen. Ja, ich schläge mal die Wege und baue Laternen und all sowas. Ja. Haben wir denn noch genug Kies oder müssen wir farmen gehen? Muss ich gucken. Okay. Sollen wir erstmal die ganzen Monster, die hier überall sind. Mach das, hol dir ein Monster, du. So, dann haben wir hier noch ein schönes Schwert. Eis und Schwert, das haben wir auch schon. Ja. Genau das. Können wir uns das eigentlich auch, ne? Komm, wir machen uns ein neues Eis und Schwert. Eisen haben wir noch genug. Wir haben nur nicht mehr so viel Diamanten. Das war's. Wir könnten vielleicht nachher auch nochmal... Gucken wir uns doch mal an, wie es mit unserer Zeit aussieht, Geige. Könnten wir sogar nochmal farmen gehen. Ja, können wir machen. Weil ohne... Ja, gerade weil man jetzt ständig hier Level 30 ist, hätte ich schon gerne Diamantenschwert, weißt du, was man dann auch mal vernünftig verzaubert dann, ne? Ja. Äh, zwei... Ja, zwei Eisenblöcke, Kevin. Oh Gott. Ich muss überlegen, wie ich ein Schwert baue. Wo wir privat auch eigentlich ziemlich viel spielen. Ja. Gut, ich habe nur zur Zeit weniger gespielt. Ja gut, äh... Geh's ja auch jeden Tag wieder los. Ja. Und die zwei Stunden, die ich abends noch habe... Ja. Da überlege ich mir dann auch, was ich spielen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Also... Ah. Ich habe jetzt hier Overwatch gespielt. Bin ich einzig, Staffel 25 geworden. Darf Rank spielen. Und am nächsten Tag ist die Season zu Ende. Na! Ey. Das war... Oh, 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 oh! Ich habe ein Eisenschwert mit Haltbarkeit 3. Schärfe IV ist 5. Vier. Vier. IV ist 4. Ne, 5. Vier ist 5. Genau, 5. Rückstoß 2 und Verbrennung 2. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt mega gut. Das bin nämlich ich. Ja. Ha, 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 ha. Also, Lapilatius, wenn du brauchst, liegt hier in der einen Kiste. Essen liegt in der linken Kiste in der Küche. Ja. Da, wenn wir gebrut sind. Ah, mit Verbrennung finde ich mega geil. Und dann noch Rückstoß, Alter. Dann brauchst du keinen Panik mehr haben bei Creeper, weil die werden jetzt zurückgestoßen. Das ist praktisch. Ja, das wäre jetzt geil gewesen Beim Diamantenschwert, die Verzauberung, Alter Puh So, Leute Sind wir da irgendwie hoch Äh Sehr toll, ich habe sehr viel Wolle bei mir Warum habe ich Wolle bei mir? Weil ich ja die ganzen Schafe Getötet habe, für die Leute, die es interessiert Es geht euch gar nichts an, was ich Gemacht habe mit meiner Wolle Äh Für meine Sache Ich wollte nicht Ich wollte euch nicht, äh Pleidigen oder so Ich wollte euch nur unterwürfig machen Haben wir noch einen Klotz hier? Wolle können wir auch nehmen Scheißegal, ob es da ist, wir kommen hier Wir kommen hier hoch Zack Zack So, jetzt können wir nämlich weiterbauen Lalalala Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Seitenteile mache, Geige Das ist eine gute Frage Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen, äh Überfragt, wenn ich ganz ehrlich bin Ob ich das Seitenteil dann auch in den roten Stein mache Oder gehe ich bei und werde, äh, äh, jetzt hätten wir die gleiche Höhe War doch nicht Mitte Ja, wenn ich jetzt hier noch einen mache Och, Kevin Gut, Alter Hier noch einen Und dann würden wir da noch einen machen, dann hätten wir eigentlich die richtige Höhe Ja Ja, das ist Mitte Mitte, 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 Mitte Also, der Kies ist also und reicht nicht Okay, dann müssen wir, ja gut, wir gehen ja dann wahrscheinlich gleich eh noch eine Runde Farmen Ja Dann können wir, wenn wir, ja, wenn ich die Seiten rot machen will Dann brauchen wir noch Ton Aber diesmal keine Stufen herstellen Also, das bedeutet Ich brauche auch nicht mehr so viel Ja, ich habe noch zwei Stufen Die erste vorhin verloren Ja, ich glaube, unten liegen noch mehr drin Ich kann mal gucken Rolle müsste da jetzt auch noch liegen Ah, hier war noch einer Oh, siehst du, da fällt schon wieder eine runter Oh, ey, jetzt leckt mich am Arsch Alter Mama Du bist so blöd, um Stufen zu bauen Ich weiß, mein Sohn Dafür habe ich auch geheiratet So 18 Stück habe ich noch Und dann ist Ende im Geländer Man könnte natürlich auch Platte oben drauflegen, ne Ach komm, scheißegal jetzt hier Jetzt kann ich es auch durchziehen Also, ob da jetzt noch eine Stufe oben drauf kommt Eine Reihe oder peng Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett Außerdem kriegen wir dann wirklich noch Kisten in die Mitte gestellt Weil wenn du jetzt hoch guckst, siehst du wahrscheinlich genug, ne Also, dass du noch was hinpasst So, wie viele Stufen hast du noch? Ähm, sechs Stück Oh, damit könnte ich sogar die Reihe fettig bringen Ich bin hinter dir In mir Warte Hier stehe ich Komm schon wieder Ich spuck sie aus Oh ja Jawohl Schön ausgesabbert Das ist jetzt scheißegal Also hier brauchen wir zwei Zwei, drei Ja, ein paar brauchen wir noch Aber dann, ja Brauche ich jetzt noch ein bisschen Ton Und dann bin ich durch Dann können wir nämlich jetzt hier die Erde wegnehmen Klack, klack Hier die Wolle So Klack, klack Da kann auch die Wolle weg Sieht doch schon viel besser aus Das ist doch voll wohnlich Ja, in der Mitte kriegst du auf jeden Fall Also, da Könnte man hier schöne Leiter hoch machen Und dann Könnte man oben an die Kiste noch rangehen Also, das barst wie Arsch auf einmal So, ich muss einfach meinen Haben wir überhaupt Kiste für Wolle? Ne, ne? Doch Jo Äh Hier unten Oh Wolle, Wolle, Wolle Wolle, Wolle, Wolle Wolle, 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 Wolle So Sand Hab ich auch Äh Glas 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 Hat man da doch Auch irgendwo reingemacht Aber Erde hat Und jetzt schon mehrere Kisten gemacht Guck mal Boah Ja, gute Erde Ist immer haufenweise Wer war da? Hat so viel Erde gefarmt? Mama So geht das hier nicht Das ist keine gute Idee Okay Irgendwas für Neta Boah, alter Rohes Hammelfleisch Und damit kann ich ein ganzes Schwein zumessen Was sind das denn jetzt hier? Neta Quarz Sieht so aus Okay Bei dem Texturenpack Okay Ach komm, ne Enderperle packen wir auch mal da rein Fadenspinnen Spinnenauge Hab ich keins Faden hab ich Pfeile kann auch da rein Dann kann ich nämlich den Bogen da mit reinschmeißen So Wolle Federn hab ich keine Leder Hab ich auch nicht Okay Oh geil Wir müssen schon wieder pennen Na klar Dann werden wir hier Versuchen Unser Inventar zu Da war ein Gegner So ne Oh komm her Bam Junge Bam Junge He 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 Junge Dich ausgemottet Junge Mit meinem Mega Wert Ja und unten steht ins Gesetz Ich bin am schlafen So jetzt sind wir quitt mein Freund Ja Da war ja was Da war ja was Ja 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 Vor der Aufnahme Schubst du mich runter Ja Kommen sie ins Bett Junge Ich seh sie wohl Hör auf mich zu schlagen Geht eh nicht Krieg sie eh keinen Schaden Oh Gott sei Dank ist schon wieder morgen Damte Geschnache Ja Kann ich auch nicht so Dass ich schneiche So dann wollen wir mal das ganze Hammelfleisch hier braten Linke Kiste ist Essen ohne Ende Hier sind ja verdammt viel Ton drin Echt? Ja klar Gucken die Gäste Boah Alles Meint 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 Hab ich vergessen Na gut verdammt viel ist das in dem Sinne ja auch Nicht ne Aber es ist ein weiter Anfang Ja 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 Genau so sehe ich das Na gut das waren 24 Stufen Ich glaube die reichen 24 Stufen Könnte reichen Um die Reihen zu beenden Um die Reihen zu beenden Wenn ich die Reihen beenden könnte Wäre das schon zum ziemlichen Vorteil Ja gut Los gehen Um welche holen müsste ich trotzdem Weil Wir kriegen ja die Seitenteile nicht Dafür reicht der Ton nicht Aber wenn wenigstens die Stufen fertig sind Dann hast du den beschissensten Teil erledigt Also finde ich zumindest Also ich finde die Stufen setzen Ist immer so Ja Oh 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 Kevin Ja da hast du nur noch eine Stufe weniger Bitte lass es reichen Bitte Bitte Ja Eine Stufe über So jetzt kann man nämlich hier vorne das auch mal gleich ausprobieren Wie das aussieht Wenn ich hier vorne die Dinger reinbaue Machen wir hier mal so eine Erde Erde hin Hüpf Ha Adventure Mensch Adventure Mensch Style So Ja wie sieht das aus von außen Ja ich glaube wenn dann komplett rotgeige oder Gucke mal Ich kann mal kurz gucken Guc Ist noch nicht da Guc jetzt Ich glaube wenn dann komplett rot Guck mal da kommt er Da kommt der Geiche Boah Er rennt In Hyperschallgeschwindigkeit Ja Ja Komplett rot Komplett rot ne Wenn du da jetzt Steine reinmachst Sieht das scheiße aus Man kann ja irgendwo in der Mitte nochmal ein Fenster machen Oder so Ja hast du zufällig Treppen über Eine Eine Oh du zeigst dir kurz mit Anderen Äh Ja Brauche ich noch mehr Ton dann ne In dem Sinne wenn Wenn wir noch mehr Stufen machen wollen Was wolltest du denn machen Man kann ja auch solche Fenster reinbauen Aber sieht man dann den Unterschied Also wenn man da jetzt rot Willst du dann rot umrahmt Ein Fenster reinmachen Oder wie soll ich das dann verstehen Ey warte Das war gerade Baufehler von mir Irgendwer hab ich das gebaut Und lass uns Farben gehen Ein bisschen tun Und dann sehen wir es doch sowieso Also du willst den Fensterrahmen dann auch Mit roten Stein machen Naja Klar ist rot Ja Warte lass Ja das können wir doch dann machen Wenn wir die roten Steine haben Ist doch dann viel einfacher Ja Ah jetzt macht's glick wie sorgsauber Jetzt musst du es erstmal überlegen Das war zu lange her Dass ich das gebaut hab Ja wir sagen auf jeden Fall erstmal wieder Vielen Dank fürs Einschalten Bis zur nächsten Runde Tschüss Tschüss Tschüss